Der Client fordert eine Einheit an, zum Beispiel die www.seite index.html. Die Einheit wird in der Antwort gesendet und zusammen mit dem Last Modified Datum und dem E-Tag-Wert im lokalen Cache gespeichert. Dieselbe Einheit wird zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal angefordert. Da sie im Cache liegt, werden die Header-Einträge if-modified-since mit dem Last Modified Datum und if-non-match mit dem E-Tag-Wert gesetzt und zum Server gesendet. Da sich weder das Last Modified Datum noch der Wert für E-Tag verändert haben, wird nur ein HTTP-Header mit der Statusmeldung 304 not modified in der Antwort gesendet. Der Client darf jetzt die Seite aus seinem Cache anzeigen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017